Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Impfen in und während der Schwangerschaft ist ein heikles Thema. Gerade immer im Winter, wenn es wieder um die Grippeimpfung geht, sind die Verunsicherung groß und die Ängste groß. Darf ich impfen? Sollte ich impfen? Ist es fahrlässig nicht zu impfen oder ist es fahrlässig in der Schwangerschaft zu impfen? Dieses Thema klären wir heute und bevor wir damit starten, gucken wir uns erstmal an, was Impfungen denn eigentlich sind oder wie das Prinzip von Impfungen ist. Das Prinzip unseres Körpers ist so einfach wie auch genial. Der sagt nämlich, okay, wenn ich jetzt irgendwie Kontakt mit außenstehenden Erregern habe, die mir potenziell Schaden zufügen können, die mich potenziell krank machen können, da merke ich mir jedoch fürs nächste Mal, bau dagegen Antikörper, also Stoffe, die diese Erregerbestandteile schon abfangen und beim nächsten Mal passiert mir dann nichts. Genau das ist nämlich das Prinzip unseres Körpers und auch das Prinzip der Impfungen. Es gibt auf der einen Seite eine aktive Impfung und auf der anderen Seite passive Impfungen. Aktive Impfungen, das Prinzip haben wir gerade schon besprochen. Dem Körper wird also Bestandteile von solchen Erregern oder auch Erregern abgeschwächter Form zugeführt. Er baut dagegen Antikörper und beim nächsten Mal kann man dann eben nicht mehr krank werden, weil man diese Antikörper schon entwickelt hat. Das ist das Prinzip der aktiven Immunisierung, der aktiven Impfung. Passive Impfung, das sagt der Name irgendwie auch schon, da führt man dem Körper einfach diese Antikörper schon direkt zu. Er muss sie also gar nicht erst selber bilden, sondern wir geben dem Körper die Antikörper und schon wird er eben nicht krank. Da man gesehen hat, dass die aktive Impfung einfach viel besser und viel langanhaltender ist, eben dass der Körper selbst die Antikörper bestimmt, selbst die Antikörper produziert und das für lange, lange Jahre dann Ruhe ist. Deswegen gibt es heute viel, viel mehr aktive Impfungen als passive Impfungen. Und bei den aktiven Impfungen, das habe ich eben auch schon anklingen lassen, gibt es eben zwei verschiedene Arten. Entweder man gibt dem Körper aktive Organismen in abgeschwächter Form. Das sind also wirklich, sagen wir mal, ein Virus, der aber so modifiziert wurde, dass er ein bisschen abgeschwächt ist und eben nicht sein ganzes krankmachendes Potenzial entwickeln kann, aber nichtsdestotrotz eine Reaktion im Körper auslöst. Das wäre eine sogenannte Lebendimpfung. Und es gibt Totimpfstoffe, wo man dem Körper zum Beispiel Oberflächenproteine von so einem Virus zuführt. Der Körper merkt, okay, das ist irgendwie ein fremder Stoff. Ich baue jetzt Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein von so einem Virus und schon, wenn der Virus irgendwann mal in unseren Körper gelangt, greifen diese Antikörper eben diese Oberflächenproteine, eben diesen Virus an. Das ist ein Totimpfstoff. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wie sieht es denn in der Schwangerschaft mit den Impfungen aus? Darf man, darf man nicht? Ja, man darf aber eben nur die Totimpfstoffe. Und die Devise ist immer, so wenig wie möglich und so viel wie eben nötig ist, Schwangere zu impfen. Und nur, wie gerade gesagt, nur mit Totimpfstoffen. Totimpfstoffe sind absolut empfohlen in der Schwangerschaft, diese abzudecken. Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis A, Hepatitis B und vor allen Dingen die Grippeimpfung. Die sind absolut empfohlen in der Schwangerschaft und überhaupt keine Kontraindikation, weil es eben Totimpfstoffe sind. Klassische Lebendimpfstoffe sind zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln und die sind eben in der Schwangerschaft nicht empfohlen und nicht erlaubt. Sollte man jetzt irgendwie bei der Impfung gewesen sein, Mumps, Masern, Röteln und man merkt zwei, drei Tage später, ups, ich war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon schwanger, ist das jetzt auch erstmal noch kein Problem und noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Das ist auch noch kein Grund, die Schwangerschaft abzubrechen. Da muss man halt ein bisschen genauer hingucken. Und vor allen Dingen, was macht die Mutter, was macht die Frau, wie geht es ihr in der Schwangerschaft und mit diesen Lebendimpfungen. Aber es ist noch kein Grund, da groß in Panik zu verfallen und irgendwie die Schwangerschaft abzubrechen. Wenn es irgendwie möglich ist, versucht man diese Totimpfstoffe, also die erlaubten Impfstoffe, nicht während des ersten Trimesters zu applizieren, weil man einfach nicht durcheinander kommen will mit dieser natürlichen Abortrate, die es in den ersten Wochen eben einfach gibt und auch die psychische Belastung für die Frauen wirklich zu nehmen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mich geimpft, jetzt hatte ich eine Fehlgeburt in einer sehr frühen Woche, das lag bestimmt an der Impfung. Das möchte man eben vermeiden und wenn das zu vermeiden ist, versucht man wirklich in dem ersten Trimester nicht zu impfen, sondern erst im zweiten Trimester anzufangen mit den Impfungen. Und als kleinen Fakt noch nebenbei, diese Antikörper, die du im Laufe deines Lebens sowieso schon gebildet hast, weil du irgendwelche Infektionen dir eingefangen hast, aber auch diese, die bei der Impfung erst produziert werden, weil du dich hast impfen lassen, gehen über die Plazenta, also den Mutterkuchen, auf dein Kind über und auch später beim Stillen auf dein Kind über. Und so hat dein Kind schon den bestmöglichen Nestschutz, wie man heutzutage sagt, also den bestmöglichen Immunschutz schon vor, während und vor allen Dingen nach der Geburt. Also nochmal als kleines Fazit hintendran, Totimpfstoffe sind auf jeden Fall zu empfehlen während der Schwangerschaft, allen voran die Grippeimpfung. Man hat nämlich gesehen, dass wenn die schwangere Frau eine Grippe wirklich durchmacht, dass diese Verläufe einfach sehr, sehr viel schwerer sind als bei einem nicht schwangeren Menschen, weil eben das Immunsystem komplett durcheinander gekegelt ist. Und um da die Frau zu schützen und auch das Kind zu schützen, im Endeffekt muss man oder sollte man auf jeden Fall eine Grippeimpfung als Schwangere durchführen lassen. Es gibt viele Studien, die gezeigt haben, dass Totimpfstoffe überhaupt nicht gefährlich sind in der Schwangerschaft. Ich verlinke euch nochmal hier unten in der Infobox den aktuellen Impfkalender der Ständigen Impfkommission. Da kann man auch immer wieder nachlesen, wie die Empfehlungen sind, wie die Studienlage ist. Das ist alles durchsichtig transparent gestaltet und da kann man sehr gut nachlesen. Wir haben heutzutage eigentlich die Möglichkeit, ganze Krankheitsbilder auszulöschen, wenn wir uns denn alle brav impfen lassen würden, was wir aber nicht tun. Und deswegen versterben auch heute noch Kinder an Mumps, Masern oder zum Beispiel Röteln. Es müsste überhaupt nicht mehr sein. Wir hätten es eigentlich im Griff. Wir müssen uns nur impfen lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und viel Spaß. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020